Egal ob in Damme, Fechter oder Lohne, die Fußball-EM geht wieder los und die Fan-Meilen natürlich auch. Seid dabei und fiebert mit. Alles was Jungs und Jungs machen im Trainingslager und natürlich die besten Bilder von den Fan-Meilen der Region in eurer OV. Noch kein OV-Digital-Abo, noch kein Print-Abo. Das passende Angebot habe ich jetzt für euch. Bis zum Finale gratis. Das OV-EM-Abo jetzt sichern. Kostenlos lesen bis zum Finale. Gratis Geschenk sichern, egal ob digital oder als Papierversion. www.ov-online.de